Hey Leute, herzlich willkommen zum neuen Star Wars Universe Community Video. Ich bin Sebastian von Star Wars Basis und ich werde euch heute die neuesten News der Star Wars Welt vorstellen, Kreationen aus der Community zeigen und eure Fragen beantworten. Wie auch die Fragen, wie viele Schüler Palpatine eigentlich trainiert hat, was ich von der Serie Rebuild the Galaxy erwarte und ob wir Omega aus The Bad Batch irgendwann mal wiedersehen werden. Aber lasst uns erstmal die News der letzten Woche anschauen und im Prinzip gibt es da zwei große News und das war es eigentlich auch schon. News Nummer 1, die ersten beiden Folgen der neuen Star-Serie The Acolyte sind Mittwochnacht um 3 Uhr released worden. Ich für meinen Teil fand die beiden Folgen, um ehrlich zu sein, ganz okay bis ganz gut. Nichts, was mich jetzt so super duper hypen würde, aber ich sehe auf jeden Fall das Potenzial, dass die beiden Folgen auf was Großes hinbauen und dass wir vermutlich am Ende der vierten Folge alle Trailer-Sequenzen aufgebraucht haben und Folgen 5 bis 8 ne Menge Neues beinhalten könnten, was super geil werden könnte oder auch total schrecklich, keine Ahnung. Aber ein Fundament ist da, auf dem ziemlich gut aufgebaut werden kann. Das müssen wir jetzt die nächsten Wochen dann mal sehen. Dann kam aber letzten Dienstag auch noch Star Wars Hunters raus. Das neue Free-to-Play-Spiel, was es auf Handy, also auf Android und iOS gibt, aber auch auf der Switch. Und leider ist das Spiel nicht auf so mega vielen Handys verfügbar. Mein Handy konnte das zum Beispiel in der Vor-Launch-Version noch gar nicht spielen. Aber ich kann das Ganze auf der Switch spielen, habe da jetzt schon einige Zeit drin verbracht. Auch einige Let's Plays auf Star Wars Basis Gaming schon hochgeladen, einige mehr auch schon für die nächsten Wochen aufgenommen. Und ich habe momentan echt eine Menge Spaß mit dem Spiel. Das hat lange gedauert, dass es rauskam und ich hatte ein bisschen Angst, dass es keinen mehr interessiert. Und ich glaube auch, der große Hype ist jetzt nicht mehr so da, wie er da gewesen wäre, wenn das Spiel vor zwei Jahren rausgekommen wäre. Aber bisher ein absolut soloides Spiel. Klar, es ist Free-to-Play und damit kriegt man immer wieder hier so Angebote. Hol dir doch das für drei Euro oder diese Cosmetics für neun Euro oder was auch immer. Klickt man dann halt weg. Es ist kein Pay-to-Win bisher. Es sieht auch nicht so aus, als ob das noch in irgendeiner Art und Weise kommen würde. Und bisher habe ich da bestimmt 10-15 Stunden drin. Macht mir echt wirklich Spaß. Und dann gibt es noch die News, dass ein klitzeklitzekleiner Teaser zu Star Wars Outlaws am Wochenende rausgekommen ist. Dieser Teaser hat aber im Prinzip nur angeteased, dass ein neuer Gameplay-Trailer heute Abend, ich meine um 9 Uhr, rauskommen wird. Müssen wir mal gucken, wie das Ganze wird. Und dann werden wir Ende August Star Wars Outlaws auch endlich bekommen. Das waren aber die Star Wars News der letzten Woche. Ich muss allerdings jetzt für meinen Teil noch ankündigen, dass in nächster Zeit keine Community-Videos mehr kommen werden. Für die nächsten paar Wochen, weil ich eine kleine Auszeit von YouTube nehmen werde. Aber es ist eine begrenzte Auszeit. Ich weiß definitiv, wie lange diese Auszeit gehen wird. Bedeutet auch für mich, es werden keine neuen Acolyte-Reviews oder so die nächsten Wochen jetzt kommen. Aber die letzten Acolyte-Folgen nehme ich definitiv noch mit. Nur damit ihr da Bescheid wisst, da kommen keine Community-Videos mehr. Aber es ist jetzt nicht so, dass ich dann auf einmal sterbenskrank bin oder so. Das ist von mir geplant. Wird dann, sobald ich wieder mit YouTube weitermache, natürlich auch hier mit den Community-Videos weitergehen. Damit würde ich ganz gerne zu den Kreationen der letzten Woche mit euch kommen. Allerdings gab es in der letzten Woche keine Kreationen. Wenn ihr eure Kreationen hochladen wollt oder alte Kreationen anschauen wollt, kommt gerne auf den Star Wars Universe Discord-Server. Den findet ihr unten in der Videobeschreibung verlinkt. In der Kategorie Kreatoren im Textkanal SWB Community Creations findet ihr die und könnt ihr da auch selber welche hochladen. Und damit jetzt zur Beantwortung eurer Fragen. Die namensgebende Frage stammt von Theodor und lautet Das ist eine sehr gute Frage, die extrem schwierig zu beantworten ist. Denn einerseits haben wir natürlich jetzt im Finale ein relativ offenes Ende. Omega möchte sich der Rebellen-Allianz anschließen. Damit gäbe es da natürlich Potenzial, in irgendeiner Art und Weise mit Omega bei den Rebellen Geschichten zu erzählen. Oder man sieht die hinterher in der Neuen Republik und erfährt, dass sie eine Rebellen-Veteranin geworden ist. Das wäre möglich. Und wir haben natürlich auch immer noch dieses Omega kann das Klonen von machtsensitiven Wesen in irgendeiner Art und Weise verbessern oder ermöglichen. Damit wäre sie natürlich für Projekt Nekromant sehr wichtig, da das auch in The Mandalorian aufgetaucht ist, wäre das da sehr interessant. Und sie ist theoretisch eine Schwester von Boba Fett. Auch da gibt es noch Storys, die zu erzählen sind, sowohl im Animationsbereich wie aber auch in Live-Action-Serien könnte das sehr interessant werden. Das Problem, was ich damit habe, denn theoretisch würde ich so sagen, ja auf jeden Fall, wir sehen die irgendwann in Zukunft nochmal. Das Problem ist nur, dass wir von einigen Behind-the-Scenes-Quellen, wie zum Beispiel von Michelle Aang, der Stimme von Omega, mittlerweile wissen, dass die nochmal relativ spät reingekommen sind, um neue Sätze aufzunehmen. Das bedeutet, eigentlich war ein anderes Finale für Omega geplant. Und das wurde dann allerdings noch verändert. Da ist so die Frage, war eigentlich ein geschlosseneres Finale geplant, hätte Omega sterben sollen oder so? Oder wäre da schon eine neue Serie angeteast worden mit Omega und Ventress vielleicht? Deswegen bin ich mir nicht sicher, ob nicht vielleicht vorher Pläne für weiteren Omega-Content bestanden hätten und die jetzt in irgendeiner Art und Weise wieder zurückrudern mussten und deswegen jetzt ein neues Finale aufgenommen haben. Da bin ich mir echt nicht sicher. So wie jetzt momentan der Stand ist, würde ich sagen, sehen wir Omega die nächsten 3, 4, 5 Jahre nicht mehr und dann guckt sich Lucasfilm in dieser Zeit an, wie oft The Bad Batch auf Disney Plus gestreamt wird, wie viel da in Online-Forenen und in YouTube-Videos drüber erzählt wird und wie die Meinung so ist. Mögen die Fans das Bad Batch noch? Mögen die Fans Omega? Machen die vielleicht Petitionen wie bei The Clone Wars oder bei Ahsoka, dass die Story weitergehen muss? Ähnlich wie halt bei Rebels. Die Story von Rebels war zu Ende mit einem großen Cliffhanger mit Ezra und Ahsoka und so und da haben die Fans gesagt, okay, wir wollen mehr, also kam die Ahsoka-Serie. Ich glaube, wären die Fans da deutlich leiser gewesen, was das angeht, wäre das gar nicht passiert. Und ich glaube, in die Richtung geht das auch, wenn wir Fans da laut unserer Meinung kundtun und sagen, wir wollen mehr von Omega, mehr von Bad Batch, was auch immer sehen, wird da nicht sofort, aber in den nächsten Jahren irgendwas kommen, wenn nicht, dann nicht. Aber was meint ihr? Schreibt es mal unten in die Kommentare. One Skywalker schreibt, sammelst bzw. besitzt du Lego Star Wars oder anderen Star Wars Merch und wenn ja, was? In meinen Kindheitstagen und in meinem Jugendalter habe ich durchaus einiges an Lego Star Wars gesammelt. Da hatte ich eine relativ große Lego Star Wars Sammlung. Mittlerweile muss ich aber sagen, habe ich nicht wirklich Platz, um das in irgendeiner Art und Weise irgendwo zu sammeln. Deswegen sammle ich momentan, um ehrlich zu sein, nichts mehr. Ich habe noch die ein oder anderen Lego Sets. Ich habe vor einem halben Jahr erst das neue E-Wing Set geholt. Der E-Wing steht hier bei mir, der originale Tidefender steht hier bei mir und das ein oder andere auch noch, aber es ist jetzt nicht so, dass ich jedes einzelne Lego Star Wars Set sammeln würde und da irgendwie großartig versuchen würde, alles zu kriegen oder so. Das Einzige, was bei mir momentan so in Richtung in Anführungszeichen sammeln gehen würde bei Star Wars, wären die Romane. Ich habe einen riesigen Schrank voller Legends und ein paar Kanon-Romane und weil ich dafür halt auch keinen Platz mehr habe, lese ich vieles jetzt als E-Book oder hört es als Hörbücher. Aber ich würde ganz gerne durch alle Legends-Romane irgendwann mal durchkommen und versuchen vielleicht auch die Kanon-Romane zu schaffen, wobei da auch wirklich einige dabei sind, die mich so wirklich gar nicht interessieren. Wäre die Frage, ob ich das hinkriege. Nur halt nicht unbedingt alles in physischer Form sammeln, aber zumindest als physisches Buch, E-Book oder Hörbuch halt in irgendeiner Art und Weise durch alle Legends-Sachen durchkommen. Dann die Frage von Star Wars Unlimited. Was erwartest du von der Jedi-Bob-Serie Rebuild the Galaxy? Naja, wir sehen da ja nicht nur Jedi-Bob in dem Trailer, sondern auch Darth Jar Jar Binks und ich meine, was will man davon erwarten? Die können die verrücktesten Sachen machen und das erwarte ich im Prinzip auch. Ich habe keine Lust, dass da in irgendeiner Art und Weise auf die Kanonizität geachtet wird. Das ist mir in jedem einzelnen Star Wars-Werk extrem wichtig. In Lego Star Wars Sachen absolut nicht. Die sollen die dümmsten, die allerdümmsten Witze da rein machen. Dann lache ich, weil ich einen richtig schlimmen Humor habe und so Lego Star Wars Sachen mich meistens abholen von dem Humor her und deswegen die dümmsten Jokes da rein. Wenn die ein paar Insider-Jokes machen, wie zum Beispiel Jedi-Bob und Darth Jar Jar Binks, sehr gerne immer her damit, muss aber nicht sein und das ist im Prinzip alles, was ich davon erwarte. Ich hoffe einfach, dass ich davon ziemlich unterhalten werde. Und dann die Frage von Chris, die Batgirl. Wie viele Schüler hat Palpatine trainiert? Uh, das ist sehr schwierig zu beantworten, denn da ist natürlich die Frage, inwiefern definiert man Schüler? Im Kanon ist es ein bisschen einfacher. Da haben wir Darth Maul, Darth Tyrannis, eben Vader. Wenn man es so sagen will, dann halt eben auch Snoke und potenziell auch Kylo Ren mal für 5 Sekunden sozusagen. Und vielleicht hat er auch ein bisschen da was mit den Inquisitoren gemacht, aber ansonsten hält sich das im Kanon eher in Grenzen. In Legends nimmt das dann allerdings Überhand. Da haben wir natürlich die alle, die ich jetzt gesagt habe. Wir haben aber auch sowas wie die Hände des Imperators. Wir wissen, Mara Jade wurde eine Zeit lang von Palpatine selbst unterrichtet. Wir wissen, Palpatine hatte mehrere Hände. Ob das jetzt 2, 3, 4, 5 waren oder mehr? Keine Ahnung. Sind die alle von Palpatine persönlich unterrichtet worden? Keine Ahnung. Dann haben wir die imperiale, royale Garde mit all ihren Spezialeinheiten und so, die teilweise ja auch machtsensitiv waren. Da hat Palpatine das Training teilweise auch überwacht. Teilweise vielleicht die auch selbst ausgebildet. Wir haben so Leute wie Vergere oder auf Englisch Vergier. Dann haben wir aber auch noch die Propheten der dunklen Seite und so wie... Dann haben wir aber auch noch die Propheten der dunklen Seite und so jemanden wie Cronel. Lumia wurde auch eine Zeit lang von Palpatine unterrichtet. Und noch einige deutlich unbekanntere mehr. Aber vielleicht mache ich dazu auch nochmal irgendwann ein Video, das dürfte definitiv, denke ich, Stoffe ergeben für ein Video, was mindestens 20, wenn nicht 30 Minuten oder länger wird. Also in Legends gibt es wirklich, wirklich eine Menge Leute, die von Palpatine unterrichtet worden sind. Ich hoffe, ich konnte ihr damit trotzdem weiterhelfen. Das war aber auch schon die letzte Frage für heute. Wenn ihr jetzt selber eine Frage stellen wollt, die im nächsten Community-Video drankommt, was dann in ein paar Wochen kommt, haut es gerne hier unten in die Kommentare und mit ein bisschen Glück kommt die dran. Damit wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen Tag, bleibt gesund und möge die Macht mit euch sein.